Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Fenster.com, die Nummer 1 für Fenster und Türen online. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Star und Orlen. Gemeinsam mehr bewegen. Und wie glücklich bist du mit Valtteri Bottas, bis jetzt in seinem ersten Alfa Romeo Jahr? Die Performance ist okay, sogar wenn er ein bisschen mehr zu kämpfen hat, die letzten paar Räsen. Aber ich denke, die Performance ist mehr als gut. Er ist P10 auf dem Ranking der DRIVER-Championship und es ist ein guter Achievement. Aber er war nicht ein Räuber, er war neu in der Team und es war der erste Jahr der Collaboration, aber ich ihn für eine sehr lange Zeit kennen. Und er kam nicht nur mit der Geschwindigkeit, sondern auch mit den Erfahrungen von Mercedes und Williams in der Vergangenheit. mit einem großen Hintergrund in F1 und es war sehr hilfreich, wenn wir die Fahrer entwickeln, die ersten paar Tage zu entwickeln. Er war sehr reaktiv, und das hat uns sehr an dieser Stelle in der Saison geholfen. Talking besonders über seine Erfahrung, wie viel das Team hat in seiner Entwicklung geholfen? Weil Valtteri hat schon gesehen, hat er schon viel gezeigt, bevor er zu deinem Team kamen. So, diese Erfahrung muss ein Punkt, wo du sehr viel aufhörst warst. Die Performance des DRIVER-Champions ist nicht nur über die Geschwindigkeit in der Fahrt. Es ist sicher, dass es eine Seite des Geschäfts, aber die andere Seite ist das Job, die sie aus der Fahrt machen machen. Und sie arbeiten, sogar bei der Faktoren, mit den Ingenieuren. Und sicherlich, Valtteri hat die Team, fast ein Jahr vorhin, mit dem großen Hintergrund der Zusammenarbeit mit Mercedes. Und er war in der Faktoren für die Championship in den letzten sechs oder sieben Jahren. Und das ist eine Art der Minderung, ein bisschen anders. Und ich denke, dass das uns auch hilft, zu entwickeln, als Team, als Unternehmen. Er war bereit, dass wir die Finger auf irgendwelchen Wecken. Und dann haben wir angefangen, wie das, zu haben, eine sehr positive Zusammenarbeit. Ich denke, dass für Valtteri, es war auch, in termen von personalen Leben, ein Schritt, dass er wahrscheinlich ein bisschen mehr hat, was wir zusammen gemacht haben, als was er in der Vergangenheit hat. Ich spreche nicht über die Resultate, aber ich spreche über die Leben in der Team. Und er weiß, dass er einer der Pillar des Projekten ist, das sehr wichtig ist, auf der psychologische Seite. Und er hat ein sehr guter Job gemacht. Der Beitrag von Valtteri war nicht nur in der Fahrt, aber er war auch able, zu pushen uns auf der Ingenieuren Seite. Und ich denke, dass, und wir müssen nicht überprüfen, das ist, dass er viel zu helfen konnte, Joe, mit dem F1 zu erheben. Und die Emulation und die Zusammenarbeit zwischen ihnen war sehr hilfreich. Am Ende haben wir jetzt den Punkt, dass Joe ein bisschen Valtteri ein bisschen beitragen kann und ein bisschen Druck auf Valtteri zu setzen. Und das ist auch wegen der Zusammenarbeit, die sie in der ersten Partie der Saison hatten. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de Das war jetzt auch bei den Matetten und Schmidt. Das war jetzt schon mal Corona! Toleranzkatzen! So